Hallo, 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 meine wundervollen Freunde. Wir machen direkt weiter mit Römer 8. Wir sind bei Vers 24. Hier sagt Paulus, denn das ist die Hoffnung unserer Erlösung. Aber Hoffnung bedeutet, dass wir auf das vertrauen und warten müssen, was noch nicht zu sehen ist. Denn warum sollten wir auf etwas hoffen müssen, das wir schon haben? Es ist sehr interessant. Paulus spricht von der Hoffnung auf etwas, das in der Zukunft liegt. Unsere Erlösung hat also bereits begonnen, ist aber noch nicht vollständig abgeschlossen. Denn wir haben bis jetzt noch nicht die völlige Erlösung und Errettung unseres Körpers. Das ist der Kontext, von dem er hier spricht. Wenn unsere Erlösung abgeschlossen sein wird, gibt es keine physischen Einschränkungen mehr. Wir werden dann nicht mehr in einem physischen Körper leben, sondern in einem verherrlichten Körper. Schau, Hoffnung auf etwas, das bereits jetzt sichtbar ist, ist keine Hoffnung. Das sagt Paulus hier. Wenn ihr es doch schon seht, warum hofft ihr denn noch darauf? Und ich habe es immer und immer wieder gesehen, dass Christen Hoffnung mit Glauben verwechseln. Sie hoffen also auf etwas, sind aber überzeugt, dass sie es glauben. Und dann sind sie so enttäuscht, weil sie kein Ergebnis sehen. Hoffnung ist sehr wichtig. Aber es ist Glaube, der es im Hier und Jetzt Realität werden lässt. Hoffnung sieht etwas immer in der Zukunft. Ich weiss, dass Gott mich heilen kann. Das ist in der Zukunft. Ich weiss, dass Gott mir das eines Tages geben wird. Das liegt in der Zukunft. Ich weiss, eines Tages wird Gott mich auch gebrauchen. Das ist in der Zukunft. Genau so wie Paulus sagt, dass die Hoffnung auf Erlösung bedeutet, dass sie eines Tages geschehen wird. Aber Glaube ist jetzt eine Realität. Wenn wir also den Unterschied zwischen Hoffnung und Glaube nicht verstehen, werden wir oft enttäuscht werden. Schau, was in Vers 25 steht. Weil unsere Hoffnung also auf das gerichtet ist, was noch nicht zu sehen ist, warten wir geduldig auf seine Erfüllung. Jedes Mal, wenn Paulus mit den Begrenzungen seines eigenen Körpers konfrontiert ist, dann erinnerte er sich daran, dass wir eines Tages von unserem physischen Körper erlöst sein werden. Eines Tages. Wenn wir nun denken, dass das auch Glaube ist, kann unser ganzes Leben verstreichen und wir warten immer noch auf diesen einen Tag. Denn du musst geduldig warten, bis dieser eine Tag kommt. Deshalb müssen wir verstehen, dass solange wir weiter träumen und hoffen, dass etwas eines Tages passieren wird, dann glauben wir es nicht, sondern hoffen es. Biblische Hoffnung ist schön und sehr wichtig. Denn wenn es eine biblische Hoffnung ist, dann werden wir es eines Tages erleben. Abraham ist das perfekte Beispiel. Er hoffte immer auf einen Sohn, aber bekam ihn nie. Aber eines Tages gelangte er von der Hoffnung zum Glauben. Da wurde seine Frau schwanger. Ich glaube nicht, dass Gott wollte, dass er mehr als zehn Jahre darauf wartete. Denn ich finde nichts in der Bibel, was das bestätigt. Ich glaube, dass er in Hoffnung lebte und daher so lange wartete. Aber eines Tages wurde seine Hoffnung zu einem wahren biblischen Glauben. Er glaubte nun, dass er der Vater vieler Völker ist. Und sein Herz hatte eine echte biblische Grundlage, um von Hoffnung zu glauben zu gelangen. Was Gott sagte, gab ihm Grund und Kraft dafür, Glauben zu haben. Jetzt war das Warten vorbei und seine Frau konnte schwanger werden. Also stell dir die Frage. Das, was du denkst, dass du es glaubst, glaubst du da wirklich, dass es durch das Kreuz bereits vollbracht ist? Oder glaubst du, dass Gott es in seiner Güte eines Tages geschehen lässt? Dann lebst du in Hoffnung. Also sage, Herr, ich hoffe wirklich, dass das eines Tages passiert, aber gib mir ein echtes Wort von dir, damit ich glaube. Hoffnung ist unbeschreiblich wunderbar, aber sie ist immer weit weg. Immer in der Zukunft. Sobald du zu echten Glauben gelangst, ist es eine Realität in deinem Herzen. Und wird sich jetzt hier in deinem Leben manifestieren. Ich bin also sehr dankbar, dass wir diese unbeschreibliche Hoffnung haben, dass unsere physischen Begrenzungen eines Tages nicht mehr existieren werden. Und wir werden geduldig auf diesen herrlichen Tag warten. Aber unser tägliches Leben leben wir nicht in Hoffnung, sondern im Glauben. Wir sehen euch morgen. Habt einen schönen Tag.